ja wir sind jetzt wieder beim paraisobaum und der ist jetzt vier jahre alt und ich zeige dir mal wie hoch der ist ich nehme mich ja selbst jetzt mal als maßstab 1,90 m noch mal zwei meter bis zum knick also vier und noch mal fünf sind neun meter fast gerader stamm und später wird es also unten noch ausgeastet das bleibt aber erst noch mal ein zwei jahre also dort wo die verzweigung ist wird es ausgeastet genau da haben wir dann fast zehn meter im geraden stamm und das ist bereits in acht jahren schneller in fünf jahren könnte das schon erntereich sein da haben wir über ein kubikmeter holz wunderbar